Wo so eine Frau den ganzen Rücken voll hatte mit allen Planeten. Und dann da so, erster Comment, can I take a closer look at you, Anis? Nein, ich meine eigentlich von Jackass. Ja, das ist wohl nicht so cool. Doch. Die essen Kuchen in Mayanis. Das Beste ist die Furzmaske, wo er dann erstmal schön abkotzt. Die Wo. Wo er dann einfach der andere Fetttyp in dieses Rohr reinkackt. In Mayanis. Ich in Miami. Nein, Mayanis. Jetzt muss man den Zeichnern und dem Designern ja saßen. Von LOL. Also Rundungen haben sie auf jeden Fall. Mhm. Außer jetzt Oriana. Außer jetzt Oriana. Aber wenn du dir mal die Bilder von Zyra und Ari dem Skinder anguckst. Junge, Junge, Junge. Open. My Anis. Is open. Aber da drin sind Muskeln, die sind auch ziemlich rund. Dann lässt du das lieber oben ohne. Das sind Oberschenkelmuskeln. Ist ja immer mega sexy. Was gibt man als erstes? Kuh oder E? Keine Ahnung. 75, 43. Aha, der Kuh. Das gilt also besser. Oh mein Gott. Ich weiß nicht. Ich habe einen Kumpel. Läuft. Neue Anis. Auch, auch. Ich bin nicht so weh. Ich hab versucht nur um meine Pflanze zu killen das ist mit dem verkehrt Eigentlich die Leute die den privaten Server stellen die können eigentlich alles einstellen oder nicht? Was für einen privaten Server Wir haben heute Geburtstag von dem Server wo ich bin, die geben einfach allen mal so eine Partybombe, dann schmeißt du Partybomben auf die Gegner und die müssen, äh was ist Gegner, auf die Leute in der Stadt und die müssen alle tanzen von der Partybombe Und Alkohol verteilen die auch, am Minderjährige Oh mein Gott Das ist Badass Oh mein Gott, dieser Holy Fad ist ja aber mega scheiße Oh, er spielt AP Alista In my anus Bring the action Ach wir haben Jace Ja, der sollte sich mal bemerkbar machen Ja, der E-Cooldown wurde erfüllt Oh mein Gott Wir sehen uns Tötet sie doch jetzt mal Das ist gut Ja, der sollte sich mal bemerkbar machen Oh mein Gott Ja, der sollte sich mal bemerkbar machen Oh mein Gott Es ist nervig, ey. Oh, sie hat geflasht Die Ari Big 2G-Army Oh, lol Da bist du behindert? Geh von meiner Fernse weg Die A ist jetzt so OP, Mann Was ist OP? Die A Die A ist ein scheiß Dreck Ey, ist geil Wenn du einmal stirbst, stirbst du auch zweimal Ey Ja, hier doch, du Spack, ey Du verlierst so viele Fights einfach nur, weil die Gegner oder so Zum Beispiel, wenn zwei Carries ein GA haben, dann kannst du dagegen nicht gewinnen In einem normalen Fight Kann man schon Wenn du gleich, wenn du einen normalen Engage hast und nicht so einen Witzcrank-Grab oder so mitrechnest Dann kannst du gegen ein gleich starkes Team mit zwei GA's nicht gewinnen Ja, wir würden uns erstmal schillen, was ist denn mit, was ist verkehrt mit denen? Der Rast nochmal direkt aus Der Rast nochmal direkt aus Der ist Level 5 geworden Boah Boah Also wenn man hier so eine scheiß Poke-Geschichte jetzt machen ey, das ist unglaublich Hier waren alle schon Solo-Live Er, der Rast nochmal direkt aus Ja, der ist. Töte den! Oh, ein Trauerspiel. Ach so. Ja, das ist eine blöde Kuh. Oh mein Gott, das ist der Holter-die-Polter hier. Also, Rank brauchst du nicht für den Tannen. Ich weiß nicht, ob es jetzt an mir lag oder an dem Ding. Ich hatte immer, komischerweise in der Lane gar keinen Lex, aber dann in den Team-Files immer krasser Abfack. Das liegt an dir. War klar, war klar, was kommt. Ich habe ja eine 50k, du hast eine 50er-Leitung vielleicht. Na und, aber das kann er denn jetzt nicht. Hab ich ja mal durchgehend Lex und nicht so'n Scheiß, wie gerade. Oder spielst du auch Ranked? Ich spiel grad auch Ranked. Als random, klar. Seems legit. Ich bin, hä, ich bin, äh, wie ein Spirit-Guard, Udi. Guck mal, ich habe jetzt viel dieser Zerzen. Oh, ist das so. Triple-Q gibt's jetzt. Ah, die neue Triple-Q ist raus, hab ich gehört. Jep. Du darfst zwei Leute mitnehmen, wenn die eine MMR haben, die zusammen nicht über 100 ist. 100? Ja. Oh, die, die zieht mir ja gar nix. Über 9000. Over 9000. Ich hatte 98 und, äh, Mike hatte zwei. Ja, morgen, morgen Abend ist hier, äh, Wächter von Mittelerde angesagt. Ab, ab 7, glaub ich, oder 6 ist es freigeschaltet. Könnt ihr zuschauen, wie ich mit Gandalf rocke. Oder mit Bilbo, eigentlich Bilbo. Doch, Bilbo. Alter, wer, wer, wer wird das Spiel denn spielen und nicht als erstes Sauron picken? Ja, Bilbo ist voll der Pimp. Aber egal. Ne, Bilbo ist voll der, gar nicht der Pimp. Ja, natürlich ist das ein Pimp. So ein Pimp wie Sauron. Der, der einzig größere Pimp ist Sam. Oh. Pimba ist Gamschi? Jupp. Sam ist auch ein ziemlich krasser Pimp. Nicht so ein Lappen wie Frodo. Oh, die sind so doll da. Erstmal bekämen. Ech ist zurück. Vielleicht kommt 6 Ult. Vielleicht kommt was? 6 Ult. DOOL! Genau. Schick ich Hanne. Alice, I'm helping. Was macht er? Was macht er? Was macht er? Oh mein Gott Hat sich ein Minion dazwischen gebackt Wir haben mal wieder die Randoms Die krass am Ablosen sind Ja, wir haben die ganz großen Ganz... oh mein Gott Und der größte von denen ist natürlich der, der gar gestorben ist Ja, 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 ist schon Ein ziemlicher Loser Ich hab die falschen Boots genommen Ach, daran lag's Wird auch gut hier Guckt auf meine Pflanzenarmee Das ist doch cool Tut was Ich mach mir gar nix Ich hab sie gebatet Was ist das Loll? Ja, diese Kuh Oh mein Gott, Hagathas So traurig wie eine Video Starcraft mittlerweile nur noch hat, ey Das ist traurig, prächtig So'n Scheißspiel Wieso haben die Visionen auf mich Das hält Starcraft aus, kannst halt kein Casual Gaming machen, geht halt aber nicht Dann wird sich denn heutzutage noch in ein Game so reinversetzen, dass es kein Casual Gamer mehr ist Keiner, eben Das ist das Problem Takash musst du eigentlich mindestens, für Master Liga mindestens jeden Tag spielen Oh, lol Jetzt ist die Passiv gelohnt Ja, wenn du so ne Scheiße machst noch Das ist jetzt nicht Stuntan Pass auf Ich hab so Glück gehabt Pass auf Schuhe, ich brauch keine Schuhe Ich brauch Items Hat der immer noch Ult? Kann das sein? Er hat wieder Ult Ja, oder das? Und zwar, der tauntet meine Pflanze Wie schwul muss ein Mensch denn sein, um soweit zu kommen? owned mit auf mit 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 s Oh looold Oh, diese Ulke Komm schon Oh, dieser vier Einschlag Ja Der beste 6 EU Idiot, Udi Ja Loll Was ist denn Würde reinlunzen Würde auf ihn fangen Würde lohnen Wir sind besser am Farm als wir Aber Farm bei einer Wave ist das ja auch so ne Sache Komm wir gewinnen das jetzt einfach Komm Loll Idiot Lass dir doch mal hier in den Busch rein Komm Guck zu Mal Diese Armee hier siehst du die? Siehst du die? Guck Die 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 homo ey oh my god diese arschgeigen alter time down time down ja tatsächlich mike ist weg oder mike ja es funktioniert und das system funktioniert ist so ich guck mal nach mike ist doch noch da das ist nicht witzig der end of darkness ist aufgegangen ja ja mei ne für einmal lügt dem glaubt man nicht mehr das hat doch nicht gelogen ich hab einfach nichts gesagt vertrauen verspielt jetzt ist vorbei ja aua das hat es sogar weh no oh was no oh mein gott alter der haut mich ja die ganze zeit kaputt was soll der scheiß ist so cool ne Toll Ups Nice Oh der macht schaden Die rechnen nicht damit dass ich hier bin Oh ne ass Hallo Buddy Hallo Buddy Ups Hey dass er sich an meiner heile pflanzen heilen kann ey das ist doch der größte Schwachsinn Du bist der größte Schwachsinn Du bist der größte Schwachsinn Ja genau hau sie raus oh mein Gott Hand abgehört hat zum beta dauert noch zwei Wochen Wie? Ja Ist er open? Ist Ja und wie kommt man da rein? Keine Ahnung Ja Ein Battlenet Account Ja Ja aber der wurde letztens erst gesperrt Ja ja mussten wir machen Da habe ich aber schon WoW und Diablo drauf Ich habe auf jeden Fall nur gelesen dass die noch ein bis zwei Wochen also eine Woche mindestens und dann in der Woche vielleicht sogar zwei Wochen dauern bis sie überhaupt erst noch die close beta starten Richtiger Bullshit vier Wochen nach der US solche Schweinehunde Was denn? Aarthstone Jo Ich dachte du willst das nicht spielen Ich dachte ihr es auch Ja Blizzard dem kann man nicht entkommen So Affetisement aus Blizzard war zu krass Ich so Tyra ist es da was geht Leute Wir haben sogar gesagt hier die 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 Karten haben die Bots haben die KI eines Goldfischs Jawohl danke Acht Ich Hey Warum hab ich denn jetzt... Oh Leute, meine Pflanze. Ja, äh. Diese Zyra. Oh mein Gott. Das hat mich gar nicht mehr getroffen. Ich schenne ja schon. Diese Kuh! Ich schenne dich schon. Ich schenne dich schon. Du kannst auch nichts anderes sagen als, ich schenne dich schon. Oh, jetzt bändet es. How do I reach you? Das geilste überhaupt. Ich krieg noch eine Erklärung dafür, dass es uns schlecht geht. Dass wir kein Geld mehr haben. Ich krieg ja kein Tor, damit sie. Und sie verstecken es in ihrer Judenhöhle. Wieso finde ich das andere besser von Karten denn mit dem... Popper. Hier ist es für sich. Keil sag ich schon. Es ist ja doch Keil, wo er sein Jugendgold abnehmen wollte, mit den zwei Goldpolchen. No, 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 no. Ey, der die sind so... Hier. Es ist in die Pflanze getreht. Pflanze OP. Aber ihr beschützt mich einfach nicht. Lauf. Los, lauf Kofi Kingston. Oh mein Gott. Dann. Dann Manta. Ich bin tot. Ist so. Showing disrespect. Ist so. Fight to the death. Oh lol. Boah. Peng. Oh. Der hoha. Der juanische Pflanflötenband. Und ich bin tot. Das ist komisch. Ich bin tot. Ich bin tot. Der wird ja nicht! Ich bin tot. Ja, ich bin tot. Ich bin tot. Oh, oh Drin wird noch zu nem Problem, ey Oh, die sind cool Ohoho Oh hm Ups Macht's doch kaputt! Sopra Oh nein Oh du bist tot Kripp AHHHHH Nein Nein Ey, fickt euch! Go Minions, tötet 6 Ihr könnt nichts Du kannst nichts Davon nur die Hälfte Die Kuh muss hier sich verstecken Ja, ich seh schon zwei Tote Oder auch nur einen Nein Und jetzt kite sie Gut so, kite sie Gut so, kite sie Ich brauch nur Jede Menge Banshees Jede Menge Banshees Jede Menge Banshees, listen and repeat Rennt, rennt, tötet sie Er ist auf Viertel-Ult Wir machen ihn fertig, wir zerstören ihn ALL oli HAHA Dead news Die Leute Er hat keinen Mana mehr! Das war halbste Mana! Nein, der Fiddle, Mann! Ja dann töte ihn doch! Nein, der Fiddle ist noch mal größer als der Schaden, den die machen! Warum macht er denn nicht den Tower? Wo hab ich denn 75 AP her? Ach, 70 AP her? Ach, ich hab AP run drin! Ja, fett! Ich will eigentlich einen weg nuken! Schaff ich das? Nein! Ich sollte vielleicht Randweens jetzt einsetzen! Oh mein Gott, 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 oh mein Gott! Ja, du bist tot! Nuke einen weg! Oh, schlecht! Mike muss wieder reinfeeden! Ja Junge, die Coup hat nicht gemacht, dass das ich wollte! Deaththrow! Deaththrow! Oh mein Gott, ich hab aber gerade einen richtig in die Hose gesetzt! Ich kann den nicht ankommen, bitte ihn! Er ist im Pot! Den Dyrone! Ich tankte das! Ach, das ist ja GG ey! Victory! Fucking Wicke! Pa-Ping!